Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag euch allen. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in diesen Tag reingestarrt und habt die letzten Tage auch schön mit euren Familien verbracht. Momentan traden wir bei ungefähr 16.837 US-Dollar. Wir befinden uns weiterhin in der Range. Eins oder zwei Trades wurden leider nicht getriggert, weil ich vergessen habe, das Setup in die Gruppe zu posten. Tut mir leid, schon mal riesen, riesen sorry an meiner Stelle. Vielleicht kommen wir da nochmal hin, welche Trades das gewesen wären. Schauen wir uns auf jeden Fall jetzt gleich an. Doch bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Und noch ein kleiner Reminder, ich habe gestern noch ein kleines Quant-Video gepostet. Gerne auch da vorbeischauen, wer Quant interessiert ist. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt fangen wir auch direkt an. Momentan, wie gesagt, 16.837 US-Dollar. Wir hatten gestern zwei leichte Abverkäufe. Einmal in die Region um 16.700 US-Dollar. Und ja, das ärgert mich ein bisschen, weil wenn wir jetzt hier ein bisschen mal mit dem Golden Pocket hier ein bisschen rumspielen, sind wir hier ans Golden Pocket gekommen, beziehungsweise ans 0.786er. Wäre also eigentlich ein schöner Trade gewesen. Das ist aber nicht der, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Das schauen wir uns dann gleich bei Ethereum an. Aber trotzdem ein bisschen ärgerlich, nachdem wir gestern jetzt endlich mal ein bisschen Bewegung hatten. Aber ansonsten hat sich daran wenig geändert. Was immer noch zu füllen ist, meines Erachtens nach, ist eben dieser Dump nach unten hin. Bei ungefähr 16.650. Da liegt eben noch die Liquidität. Klar, wir haben das Void gefüllt, wir haben die Ineffizienz gefüllt und wir haben den Vektor gefüllt. Aber trotzdem wäre es mir eigentlich lieber, wir füllen hier unten nochmal dieses Void eben oder halt diesen Dump mit Liquidität. Heißt, wir gehen hier nochmal einfach runter. Das wäre dann einfach nochmal ein neuer Trade. Klar, unserer läuft noch bei 16.600 US-Dollar. Aber trotzdem überlege ich da auch nochmal einen kleinen Trade vielleicht aufzumachen mit einem engeren Stop-Loss. Einfach nochmal, weil der andere Trade bei 16.490 ist weiterhin in der Gruppe aktiv. Der zählt auch weiterhin noch. Trotzdem aber nochmal so ein kleiner Gamble-Trade einfach nochmal zum Aufmachen, um hier die Range nach oben hin zu traden. Ist meines Erachtens auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Nachdem wir uns jetzt erstmal hier dieses kleine Golden Pocket geholt haben, trotzdem immer noch die 16.6 sind weiterhin im Play. Aber danach gehe ich ehrlich gesagt sogar eher davon aus, dass wir doch hier hoch nochmal gehen in den Bereich zwischen 16.300 und 16.600 US-Dollar. Das sind weiterhin so die Level, wo unsere Longs im Endeffekt hin sollen. Wo dann auch die Short Order im Endeffekt getriggert wird, die ich ja schon in die Gruppe gepostet habe. Also da gilt es jetzt erst nochmal abzuwarten. Ich erwarte vielleicht sogar gegen heute Abend sogar deutlich, deutlich mehr Bewegung. Und dann morgen, wenn zum Beispiel die ganzen Börsen wieder aufmachen, natürlich viel, viel mehr Volatilität wieder. Also da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Ich muss mal überlegen, ob wir uns sogar den Stop-Loss wieder ein bisschen ändern von unserem Long. Einfach um den wieder ein bisschen abzusichern. Aber da bin ich immer noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Klar, Weihnachten ist halt eben wenig Liquidität, beziehungsweise über die Feiertage. Da muss man immer noch ein bisschen aufpassen, ob man da seinen Stop-Loss verstellt oder ob man dann erst recht ausgestoppt wird. Weil man kann mit wenig Liquidität eben die Kurse verändern. Das ist eben so momentan ein bisschen das Risiko. Übergeordnet gilt diese große Range. Also das ist weiterhin klar, die große Range gilt. Oder was heißt große? 17.000, 16.600 US-Dollar ist keine große Range. Das sind 400 Dollar. Wir blicken einfach jetzt nochmal ganz kurz auf den Traders-Reality-Indikator. Ob wir hier noch irgendwelche Ausnahmen kriegen. Was mir hier nicht so gut gefällt. Ich habe ja gestern darüber gesprochen, okay, wichtig wäre, wir kriegen ein schönes Breakout aus unserer Psy-Range. Hatten wir, aber mit einer Stopping-Volume-Candle. Und das ist eben nicht das, was wir sehen wollen. Wir wollen einen Breakout aus dieser Psy-Range mit einer grünen Vektor-Candle sehen. Das heißt mit sehr, sehr viel Volumen, dass die Market Maker bewusst hier rausgehen. Tun sie aber nicht. Wir haben hier eine blaue Vektor-Candle. Kein gutes Zeichen, das heißt Stopping-Volume für uns. Also nicht wirklich das Wunschszenario. Was uns jetzt noch ein bisschen Support geben könnte, ist das Daily Open bei 16.800 US-Dollar. Also minimal jetzt unter uns. Da müssen wir mal drauf achten, sollten wir hier drunter kommen unter dieses Daily Open. Und an der Psy-Range hier ein bisschen Support finden. Und dann wieder das Daily Open als Widerstand. Gehe ich eher davon aus, dass wir uns heute noch in Richtung 16.600 bewegen. Sollte das als Support gehen. Und wir kriegen hier vielleicht noch eine grüne Vektor-Candle rein. Gehe ich eher davon aus, dass wir versuchen hier die Liquidität bei ungefähr 17.000 US-Dollar zu holen. Ja, das zu der Psy-Range. Ansonsten, wie gesagt, übergeordnete Range gilt momentan. Weihnachten weiterhin sehr, sehr ruhig. Trotzdem mögliche Trades. Das tut mir auf jeden Fall schon mal leid. Jetzt kommen wir aber genau zu dem Trade, den ich eigentlich mitnehmen wollte. Und zwar zu Ethereum. Ethereum, sorry Leute. Ich habe es gestern noch im Video angesprochen. Ja, wäre es so eine Idee, wenn wir hier einfach nochmal in diesen Bereich runtergehen sollten. Weil wir auch hier wieder einen schönen Vektor gebildet haben. Also der Bereich um 1.193 bis 1.202. Wäre eigentlich unser Long gewesen. Ja, nix da. War ich genau in diesem Moment. Ich war gestern sowieso eigentlich wenig am Handy. Trotzdem, der Bereich hat sich wirklich schön angeboten. Also wenn wir das jetzt sehen. Golden Pocket genau hier eben angetestet bei 1.198. Stop Loss wäre geplant gewesen unter 0.786. Wir wären hier nicht ausgestoppt worden. Wir wären jetzt im Plus. Aber gut, was will wir machen? Im Endeffekt, es laufen weiterhin zwei Trades. Die 1.153 und bei manchen auch der 1.183er Trade. Also die laufen. Trotzdem so ein dritter Ethereum Trade wäre nicht schlecht gewesen. Den hätte man nämlich dann einfach eher ein bisschen schließen können. Aber gut, man soll sich nicht darüber beklagen. Vielleicht kommt der Kurs da nochmal hin. Weil das Volumen hier unten doch für einen Feiertag oder für die Weihnachtsfeiertage doch sehr hoch war. Deswegen würde ich das nicht unterschätzen. Trotzdem, wenn wir da nochmal hinkommen, würde ich einfach hier keinen Entry setzen. Das Risiko ist einfach zu hoch. Wir haben uns jetzt zweimal hier Liquidität geholt in Form einerseits dieses Vektor und des Voids. Ein drittes Mal ist einfach nicht empfehlenswert. Dann eher die Liquidität und dann gehen wir nochmal deutlich, deutlich tiefer, wenn nicht sogar hier runter in den Bereich der 1.140 US-Dollar. Also tut mir leid, auch hierfür. Aber gut, Weihnachten, da ist man halt einfach nicht so viel am Handy. Deswegen, was haben wir immer mehr? Trotzdem, zwei Trades laufen noch. Und ansonsten gilt natürlich auch hier die Range. Wir haben weiterhin die Liquidität hier oben in dem Bereich der 1.238. Brechen wir die mit einem Stunden-Close. Was bullish wäre, kann es relativ flott in Richtung 1.250 US-Dollar, wenn nicht sogar 1.270 US-Dollar gehen. Das sind weiterhin so unsere zwei Level, die wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten für die nächsten Stunden bzw. für die nächsten Tage. Trotzdem, weiterhin vorsichtig sein, nicht zu große Trades jetzt über Weihnachten noch eröffnen. Wir müssen uns morgen mal ganz, ganz in Ruhe angucken, wie die Märkte so eröffnen. Wie öffnen vor allem die traditionellen Märkte, Dow Jones, Nasdaq und sowas. Müssen wir alles dann morgen mal gucken, ob hier nicht ein bisschen mehr Volatilität reinkommt. Klar, zwischen Weihnachten und Silvester ein bisschen ruhiger. Trotzdem, Blick da drauf, wird sich morgen meines Erachtens nach auf jeden Fall lohnen. Gut, das war es zu Bitcoin und Deferium. Noch eine kleine Bitte, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Münsche habt, weil ich gestern schon unterm Quant-Video gesehen habe, dass ich mal kleinere Altcoins vorstellen soll. Kommt alles noch. Aber wenn ihr irgendwelche Altcoin-Münsche habt, gerne unten in die Kommentare einfach reinschreiben. Wir gehen jetzt noch ganz kurz zu den News. Energiekrise, Bitcoin-Mining-Drosselung wegen Stromverbrauch. Ist ja auch momentan ein großes Thema. Viele Mining-Firmen, sage ich mal, gehen pleite oder haben Insolvenz angemeldet. Klar, Hashrate, Energieverbrauch und sowas im Bärenmarkt. Bitcoin bei 17.000, mal grob geschätzt. Ist natürlich auch nicht förderlich für die ganzen Mining-Unternehmen. Lest euch den Artikel gerne durch. Link müsste, glaube ich, schon in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten noch ein kleiner Steuertipp. Bitcoin verschenken, so geht es steuerfrei. Gerne mal durchlesen. Klar, ich habe Pfeilbeträge und sowas, aber lest euch das bitte ganz, ganz in Ruhe durch. Wir hatten gestern schon ein bisschen Diskussionen in der Telegram-Gruppe. Lest euch das einfach in Ruhe durch. Es ist eine Möglichkeit, glaube ich, um ein bisschen Steuern zu sparen. Aber ganz ehrlich, haltet das Ding ein Jahr, dann habt ihr keine Probleme und dann kann es euch egal sein. Vor allem in einem Bärenmarkt. Warum in einem Bärenmarkt verkaufen? Verkauft lieber in einem Bullenmarkt. Und das wird sich bestimmt noch ein Jahr hinziehen, bis wir da überhaupt mal ein bisschen höhere Kurse haben. Gut, das war es von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gerne ein Like da lassen. Abonnieren. Gerne auch, wenn ihr Fragen habt, in die Talk-Gruppe oder in die Signal-Gruppe join. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir sehen uns dann später nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.